Hallo und herzlich willkommen zurück bei Freemann. Yo, wir haben unsere erste Stadt. Ähm, oh Gott, die hab ich mir nicht, hier nicht geholt. Ich greife mit den Banditen an. Und wir machen die jetzt platt. Ich hoffe, die Banditen können uns nicht in den Rücken fallen, weil das wär jetzt stark uncool. Überprobieren's mal. Ich probier's mal alleine mit den Banditen zusammen. Das sollte gehen, ne? Das ist unsere neue. Das ist unsere alte. Das ist unsere neue. Alter, kann ich damit weit sehen. Wie ein Feldstecher. Oh, Ludo was killed by Rifleman. Okay, Moment. Oha. Ah, da bist du ja erfreit. Okay, die Waffe ist echt gänzlich an das. Nein, keine Tote. Ich muss echt mit dir üben anscheinend. Okay, die begeben sich direkt auf Tauchfühlung, hab ich das Gefühl. Mh, oh, da oben. Der war meiner. Mal kurz nachladen. Und köp' hier runter. Mal schauen, wie's wird. Ah, den haben die. Da hinten krabbelt einer. Ne, krabbelt nicht. Aber der da. Och, komm. Immer hinter diesen doofen Dünen. Ich wechsel mal die Position. Ist ja gar nicht mehr so einfach, jetzt hier die Leute zu treffen. So. Lucky, lucky. Lucky, lucky. Kein Treffer. Lucky, lucky. Kein Treffer. Der ist aber weg. Ist der schon tot? Scheint so. Okay, also hier wird sie jetzt gerade hart und man kämpft alles. Okay, die greifen echt hoch aus jeder Lücke an. Ich versuche mich mal so zu positionieren, dass ich das Feld überblicken kann. Ja, komm. Genau im Gras. Alter, ist das. Ich muss einfach mit dem Ding zu zielen. Nope. Jetzt aber. Ah, da hinten ist noch einer. Der ist weg. Der ist weg. Jetzt wird's langsam besser. Da vorne kommen welche. Der ist weg. Nachladen. Der ist nicht weg. Scheiße. Jetzt ist er weg. Na, da kommen noch ein paar Schüsse rüber. Da vorne. Der ist weg. Hätten die Banditen mich nicht, würden die jetzt alle schon tot sein. Ich habe keine von uns geholt. Keine Leute von uns. Da hinten läuft einer. Nein. Nein. Nachladen, Jungs. Nee. So. Nein. Schade. Der ist aber meiner. Oh man, ich muss mich bandagieren gerade. Krass, ich wurde gut getroffen gerade. Da lief doch einer gerade. Die schießen doch auf mich. Okay, das ist jetzt echt ein umkämpfter Boden hier. Aua. Aua. Wie trifft mich denn da so gut? Da ist keiner. Ich habe ich. Noch einer. Nein. Alter, woher denn? Werder ist es nicht. Aber der ist weg. Ist mir ja egal. Nein. 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 Ah, guck mal da. Hallöchen, Pupilchen. Du bist tot. Irgendwo ist der andere? Da kraxelt noch irgendwo einer rum. Looter, wo es kippt bei Rifleman. Kannst du keinem erzählen. Nee, ist er weg. Nicht, ist er weg. Bisschen höher ziehen muss man. Enemy Locations are revealed. Nee, der war nicht meiner. Aber wir haben hier schon richtig Damage gemacht. Nee, ist er weg. Da vorne. Nee, ist er weg. Da ist der Schnieper. Da ist noch ein Schnieper. So. Jetzt sind es nur noch sechs. Jetzt müssen wir nochmal gucken. Da hinten läuft er noch. Ist weg. Ist nicht mehr viel. Wir müssen mal gucken, dass wir... Oh. Ich sehe, dass gerade auf mich noch gefeuert wird von irgendeiner Seite. Da nicht. Da liegen sie alle. Da nicht. Da. Hallo, Püppchen. Und da läuft noch ein zweiter. Ihr werdet immer weniger. Das ist gar nicht, was ihr habt. Okay. Also wir haben nur noch zwei. Wo sind die denn? Einer scheint hinten links von mir zu sein. Hä? Aua. Okay. Ähm. Ey, Kumpel. Und da hinten irgendwo. Irgendwo hat er sich gerade bewegt. Da. Da nicht. Da nicht. Die sind alle tot. Ach, da. Unser Sieg. Wow. Wow. Da haben wir jetzt echt die Leute abgezogen. Ah. Okay. Was mir ganz wichtig wäre. Also ich kann ein paar Foodcans, glaube ich, hier lassen. Oh, Moment. Nee, nee. Ich lege ein bisschen Fisch ab. Also so viel Fisch brauchen wir halt nicht. Aber mir wären halt so Mechanikteile, sowas halt wichtig. Und natürlich die Sachen hier. Und Medipack. Und der Rest geht halt nicht. Oh, Militär Rifleman. Könnte uns gehören. Damit haben wir den Banditen auch mal geholfen. Und ihr könnt abziehen. Ciao. Marketplace. What is on the mic? Äh, Moment. Wir müssen unsere Leute auch mal ausrüsten. Okay, ich hab echt wenig Munition verloren dafür. Okay, Moment. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Buildings. Oh, Buildings. Können wir nix machen. Wir brauchen Wood. Ganz viel Wood. Wood, 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 Wood. Woody Woodman. Woody Woodpecker. Also, aber wir können währenddessen schon mal ein paar Sachen verkaufen. Zum Beispiel Mechanical Parts. Können ein bisschen von der Munition verkaufen. Aber so viel brauchen wir nicht mehr. Wir verkaufen das hier. Das hier, das hier, das hier, das hier, das hier, das hier. Das können wir mal lassen. Dann, das kann man verkaufen. Alle da ohne. So, deswegen können wir jetzt hier oben noch ein bisschen Zeug. Oh, wir haben zweimal Holz dabei. Wie gut. Okay. Haben wir noch irgendwas anderes da? Ne, ne? Na, dann dealen wir das mal. Und wir bauen mal durch ein oder andere, wenn es geht. Days needed, Plays needed. Wir haben kein Place. Ah, jetzt geht's. Hä? Infantry College. Armor Factory. Gun Factory. Kamikaze Training. Ich mach mal Infantry. Oh, nur Land. Okay. Okay. Wie kaufe ich mehr Land? Oh, Land Size hier unten nur. Okay. Ja gut. Ähm, vielleicht kommt das ja mit der Zeit. Garrison. Storage. Ich storage das mal so. Machen wir das mal so. Ich hab keine Ahnung, was los ist. Oh, ich hab ein Medical Teil hier verwendet. Das nimm mal mit. Und ansonsten läuft der Lachs, ne? Das ist halt eine Rifle. Die macht ordentlich Peng Peng. Ich würd' sagen. Ah, nee. Okay, können wir uns auch Leute holen. Ich würd' sagen, aber wir bleiben. Ah, nee, brauchen wir nicht. Talk to Bartender. Machen wir mal eine kurze Pause hier. Ah, okay. Dann kommt mal rüber. So, wir warten, bis wieder Tag ist. Und dann führen wir weiter unseren Krieg. So, zack. So, was ist passiert? Ähm, low security level. Terrorist attack Zinkov. Armed Policize arrive fast and prevent more casualties. The incident, okay. Krass. And, oh. Generalizer, rich, amber, iron, wood. Okay. Schaut hier. Also, okay, gut. Unsere Security is very low. Was können wir irgendwie? Ah, hier. Encourage? Nein. Aber wir können enhancen. Und wir können das vielleicht nicht so stark ansteigen lassen. Wir können das fixen. Das kostet ja nichts. Okay. Ah, oh, ist das gut. Oh, ist das gut. Wir können so welche Sachen mitnehmen dann. Okay. Also, Garrison geht eigentlich ganz gut. Okay. Mal hier. Genau. Hat sich hier unser Zeug verändert? Nee, ne? Aber was wir machen könnten, ist, das doch mal mitnehme. Ein bisschen. Und, ähm, ja. Unseren neuen Leuten. Andi, wir haben ja keine neuen hier. Aber dann gehen wir unserer Party mal was ab. Ja, zack. Können die mal Party machen. So, Moment. Da. Zacko. Ich habe keine bessere Waffe für euch, ne? Müssten wir irgendwo mal drüber nachdenken. Marketplace, Merchant. Dann sollte es natürlich mal rumgehen und gucken, dass ich, ja. Äh, wir haben ja hier noch so eine Weste. Ach, weißt du was? Wir finden schon Besseres. Wir müssen darauf gehen. Wir müssen echt gucken, dass wir hier, ähm, ja, die Sicherheit garantieren können. B, ihr greift uns an. Ich gucke mal hier nach, ähm, Ressourcen. Ressourcen wären gar nicht immer so schlecht. Ja, okay, gut. Bisschen Hammer, was? Okay, Bier ist im Discount. Ich frage mich, wie man so eine Stadt echt mal locker macht. Weil die sind hier mega aufgewühlt gerade. Ich habe keine Ahnung, warum. Ich verstehe das echt nicht. Hm, nein, Moment. Storage. So, Essen haben wir ja. So, gut. Okay, ähm. Wir haben eine Stadt. Ich schiele auf die nächsten. Dubno, Babin. Ich weiß es noch nicht. Ich will keinen Krieg mit denen. Also, bin ich ehrlich. Ähm, habe ich nichts von. Eigentlich müssten wir Terroristen irgendwann mal... ...so slappen, wenn ihr wisst. Und dann Posner. Human Terroristen. Können ja gerne hier rumlaufen. Trade. Das sind unsere, glaube ich, ne? Hoppala. Pottery brauchen wir ja nicht. Ja, dann nehmen wir noch ein bisschen Holz mit. Mit Holz können wir wenigstens was anfangen hier. Ich überlege gerade... Wir haben ja eine Police Station, glaube ich. Ähm, ja. Wenn wir damit umgehen. So, wir packen das mal hier rein. Tick, 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 tick. Ähm, Buildings. Also, wir haben jetzt nichts dabei. Fire Station, Police Station und sowas. Das wäre eigentlich das, was wir bräuchten. Dann müssten wir gegebenenfalls etwas abholzen dafür. Solange die uns nicht angreifen, ist alles gut. Wenn die uns angreifen, dann machen wir die platt. Also, wir sind hier mittlerweile stark genug. Interessanterweise. Ähm, ja. Wir gucken uns jetzt mal so ein bisschen um. Wir brauchen Eisen. Und... Zoria ist an Attack. Wo ist denn Zoria? Weiß ich nicht, sehe ich nicht. Trade. Ähm, Eisen. Ja, komm. Ist ein Deal. So. Und damit könnten wir vielleicht eine Police Station bauen. Und noch andere Sachen. Weil, ähm... Ich hätte jetzt echt Sorge, wenn wir keine Police Station haben. Hm, eine Fire Station vielleicht auch noch. Hm, 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 hm. Na? Hm. Hm, 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 hm. Infrastructure Level. Schade, dass man die Landseize nicht hochleveln kann gerade. Lumber Mill. Mortar Post. Machine Gun Nest. Hotel. Daily Revenue. Revenue. Storage Increase. Okay, das ist natürlich sexy. Orchard. Ich glaube, ich brauche diese Produktions... Produktions... Also die eine Produktionsstätte hier nicht. Population geht zwar runter, aber... Ja, dafür muss ich jetzt aber auch erstmal Storage gehen. Die Sachen mitnehmen. Zack, 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 zack. So. Jetzt kann ich in Buildings gehen. Und jetzt können wir hier... Ich würde als allererstes eine Police Station machen. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Ja, und eigentlich eine Fire Station noch dazu. Oh, ein Airport. Auch gut. Pick for a bank. Krass, ja. Das ist halt nicht so einfach. Wir haben halt auch keinen Platz dafür. Naja, gut, okay. Also, da ist es drum. Das ist geschenkt. Ähm, genau. Ich packe das in mein Storage wieder rein. Okay. Packen wir hier noch die rein. Die benutze ich ja kaum. Okay. Also, hier sind keine Gegner mehr. Ich will mir jetzt auch keine Gegner machen. Dummerweise. Prisoners. Ey, Kumpel. Kommen wir rüber zu uns. Bei uns ist es nicht mal besser. Ähm. Oder wisst ihr was? Wir bleiben einfach nochmal in der Basis. Schlafen nochmal eine Runde. Ich weiß halt gar nicht gerade, was ich machen will. I'm sorry, I don't know. Teman local rumor. Impress relations and vice versa. Okay. Wir überlegen uns das. Mal gucken, was passiert nach diesem Tag. Ob unsere Stadt auch wieder so ein bisschen den Knick macht. Okay. Da ist jetzt was passiert. Strike. No respect. No work. Okay. Wir gucken gleich mal. Der läuft die ganze Zeit auf der Stadt rum. So. Wir machen Pause. Was ist das hier? Okay. Zinkow residents have moved out of the area. Oh. Okay. City lost. A strike occurred in Zinkow. Anger ground. Okay. Income will be affected. Okay. We're near Zinkow and there are cop. Oh. Okay. Okay. Family fighters declared war on free. Okay. Das interessiert mich nicht. Okay. In der Nähe. Ah. Da vorne. Die muss ich jetzt auch. Ne? Die können gerne zu mir kommen. Aber ich muss die Basis ausräuchern. Definitiv. Und das mache ich mit meinen Freunden oder ohne. Hab ich denn alles bei? Yo. Done. Dann würde ich mal sagen. Sure. Wir machen die platt. Tja. Niemand nimmt meine Bevölkerung. Niemand klaut meine Bevölkerung. Niemand. 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 Ich lasse auch direkt mal die Teams erstmal hier außen vor. Und laufe selber los. Und versuche alles abzuschnitzeln was geht. Ich bin nämlich tierisch sauer. Und wenn ich tierisch sauer bin. Ja moin. Aha. Duta ist tot. Nein. Den habe ich jetzt nicht getroffen. Aber den da. Nein. Den habe ich aber. Ich bin stinke sauer. Das geht ja mal gar nicht hier. Dass ihr so einen Quatsch macht da. Ähm. Hallo? Hallo? Ähm. Hallo? Machen wir den tot. Und den da. Oh. Der war nicht. Der war nicht nice. Der da vielleicht. Nein. Der da war. Yo. Der war mir. Sorry. Und der. Nein. Ich marschier mal weiter. Ich glaube wir können langsam echt vorrücken. Bei so einer. Bei so einer Übermacht. Die wir hier jetzt darstellen schon. Oh. Der war scharf. Der vielleicht? Nein. Nö. Dann den hier. Komm her. Okay. Der ist tot. Ne. Der hat es nicht getroffen. Aber ich würde gerne mit meiner Truppe hier langsamer vorrücken. Ey. Okay. Wir sind hier. Wir rücken. Darüber vor. Macht das mal gemeinsam. Ihr kriegt das hin. Ähm. Ne. Den halten ich. Ey. Bobos. Was seid ihr denn? Okay. Ihr rückt mal einfach mal vor. Wir sehen uns gleich. Geh schon mal vor. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Ich marschier mal. Geh. Gucken wir mal die Basis an. Ah. Da vorne. Mein Leere. Oh. Right. Oh. Meine. Oh. Okay. Kein Wunder. Meine Rifle Skills sind ganz weit unten. Ach. Ich habe ja nur die Assault Rifle. Oh. Okay. Alles gut. Ich nehme alles zurück. Bei den Rifles bin ich ganz übel. Okay. Ich rück mal vor. Also wie gesagt. Solange ich jetzt nicht bei Rifles jetzt der allerbeste bin. Dann wird es mit dem Treffen echt schwierig. Ich hoffe die kriegen das hin auf der Seite. Er ist tot. Er ist müde. Der will schlafen. Wir rücken mal vor. Wir rücken mal langsam vor. Also schnell vor. Schnell langsam vor. Oh ja. Die schießen auf uns. Habe ich nichts gegen. Nicht wüsste wo die herschießen. Hallo. Hallo Kumpel. Der ist weg. Ich rück mal mit der Ruffe. Nicht dass ich gleich ein Hornissen-Hornissen-Nest steche. Und dann drauf gehe. Nur weil ich zu doof bin. Kann ich mir wenigstens noch mal schnell hinlegen. Ach guck mal. Nächster Tod. Ich habe gar keine schlechte Waffe. Ich habe gar keine schlechte Waffe. Ich musste gerade überlegen. Ich habe gedacht das wäre ein Gegner. Wir sehen uns wie gesagt auf der anderen. Okay. Ich bekomme Schüsse von oben. Ich guck mal hier. Glück, Glück. Ich kann mal schnell mit dem hier rüber lunsen. Wenn mich jemand anschießt. Dann schieße ich einfach schnell drauf. Hier ist jemand. Glaube ich hinterm Berg. Und hier könnte jemand stehen. Und den nehme ich gleich mit. Hey, hallo. Ach guck mal. Oh. Runter. Ich weiß nicht wo der Typ jetzt ist. Der hat sich gut gedeckt gerade. Aua. Wird gerade Poma getroffen. Der ist weg. Ah, da vorne. Finden meine Leute ein bisschen schneller vorrücken. Ich sehe nämlich niemanden mehr. Der feuert da genau in meine Richtung. Der ist tot. Hi. Okay. Nächster Tod. Könnt ihr mal schneller vorrücken? So ein bisschen schneller. Weil ihr kämpft euch da so hart einen ab. Ich bin nämlich gerade voll einen Umweg gegangen. Und jetzt stehe ich quasi wieder an der gleichen Stelle, wo ich vorhin stand. Nur, dass meine Jungs hier mit dabei sind. Oh. Luther tot. Hey. Wir haben nur noch sechs Leute gegen uns. Okay. Die dürft ihr ja noch schaffen. Der lebt nicht mehr. Da hin. Oh. Jetzt habe ich ausgesinnt geschossen. Wir sind nur in die Summe. Okay. Luther wurde von Armored Marauder. Aber ich habe keine Ahnung, wo die Maraudiere sind von denen. Okay. Jetzt dürft ihr auch mal langsamer vorrücken. Ach. Guck mal da hinten. Warte mal. Die will ich haben. Das ist immer ein bisschen höher im Schuss. Ne. Ich habe kein Glück. M. Ihr könnt auch jetzt mal langsamer vorgehen. Alles gut. Okay. Die werden da hinten massiv beschossen. Und da vorne steht einer. Ja. Den ersten Marauder. Der gehört mir. Die Marauders. Ja. Okay. Moin. Das war unsere. Ist da noch jemand? Ich glaube, die hatten nur zwei. Hauptsache der eine ist tot. Den habe ich jetzt gerade noch getroffen. Weniger Widerstand ist immer gut. Jetzt sind nicht mehr viele. So. Es ist nur noch einer, oder? Kriegen wir den? Ist ja da hinten der da. Nö. Der ist hier vor mir. Den kriege ich auch noch. Ne. Das ist... Aua. Ist es der da oben? Den habe ich jetzt wehgetan. Okay. Jetzt. Ähm. Ja. Nehmen wir mal. Ja. Das ganze teure Zeug mit. Das schwache Zeug können wir hier lassen. So. Zacko. Und wir packen gerade mal unsere Sachen voll. So. Oder kämpfen zwei auf unserem Boden. Das ist nicht erlaubt. Wir kämpfen gleich mal gegen euch. Okay. Hier ist keiner aufgelevelt. Hier ist keiner aufgelevelt. Aber er ist aufgelevelt. Warum ist er? Ach egal. Ich stelle mal keine dummen Fragen. Wir haben eins. Zwei. So. Jetzt haben alle. Außer eine Person. Schwere Waffen dabei. I love it. Achso. Okay. Gut. Die kämpfen jetzt hier auf unserem Fleckchen. Können sie ja gerne machen. Könnt ihr mal aufhören. Unsere zu greifen. Die greifen ja nicht unseren. Trotzdem ist es lustig. Dass sie über unseren Köpfen schweben. So. Ich verkaufe die. 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 Desert Eel sogar. So. So. Wir könnten eigentlich das ganze Beef verkaufen gerade. Ähm. Das bringt gerade ziemlich viel ein. Und die ganzen Fonds. Was haben die denn mit den Feuerzeugen gemacht? Haben die eine Fackelparty gemacht? Ich habe keine Ahnung. Ich frage keine Fragen mehr. Ja. Dreimal Holz ist gut. Ich hole mal ein Holz. Ähm. Das Storage im Weg auch gleich. So. Und. Was ich gerne möchte. Ist. Hier. Bei der Party mal gucken. Brauch einer von denen. Ja. Die können alle sowas gebrauchen. Guck mal. Guck mal. Kumpel. Nimm mal die hier. Jetzt kannst du besser kämpfen. Äh. Nein. Kämpf. Macht was. Was. Ah. Wir könnten uns mit den Posner Leuten halt echt gut stellen. Könnt ihr mal. Danke. Ich möchte gerne in meine Stadt. Ich möchte mich noch einmal. So. Danke. Oh. Dieses Spiel manchmal macht mich ganz fertig. Manchmal. Einige Sachen sind echt doof. Okay. Wir haben 26. Ähm. Wieder an. Security. Was gar nicht mal so schlecht ist. Es kommen auch wieder Leute. Was auch gut ist. Ähm. Wir. Könnten noch eine weitere Waffe holen. Dann später. Aber. 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 Ich würde jetzt hier erstmal eine Pause machen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Von daher. Bis dann. Ciao. Tschüss. 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 Tschüss.